Legionen von Wesen der Finsternis gelangen wie Gewitterwolken unter die Menschheit, verursachen Umstürze, verwirren die Gedanken und verfinstern die Herzen der Menschen. Von jener unsichtbaren Welt, die in eurer eigenen Welt webt und lebt, gehen Einflüsse aus, welche die Menschen heim suchen, sei es in ihrem Verstande, in ihren Gefühlen oder in ihrem Willen und sie zu ergebenen Dienern, zu Sklaven, zu Werkzeugen, zu Opfern, zu Machen. Um oder so. Das Böse Ihr müsst euch auf einen schweren Kampf gefasst machen, denn ihr alle werdet gegen den Drachen des Bösen kämpfen müssen, dessen Waffen die Ruhmsucht, der Hass, die irdische Macht, die Zügellosigkeit, die Eitelkeit, die Selbstsucht, die Lüge, die Vergötzung und der Fanatismus sind. Alles Mächte des Bösen, die aus dem menschlichen Herzen geboren wurden, gegen die ihr mit großem Mut und Glauben werdet kämpfen müssen, bis ihr sie besiegt habt. Bedenkt, dass das Böse großen Spürsinn hat, um euch zu versuchen, um euch zu Fall zu bringen, euch zu besiegen und sich eure Schwachheit zunutze zu machen. Denken und Gedanken In jedem Augenblicke gehen gedankliche oder geistige Schwingungen von euch aus, aber in den meisten Fällen strahlt ihr Selbstsucht, Hass, Gewalttätigkeit, Eitelkeit und niedere Leidenschaften aus. Ihr verletzt und fühlt, wenn man euch verletzt, aber ihr liebt nicht. Und deswegen fühlt ihr nicht, wenn man euch liebt und mit euren krankhaften Gedanken sättigt ihr die Umgebung, in der ihr lebt, immer mehr mit Schmerz und erfüllt euer Dasein mit Unbehagen. Doch ich sage euch, sättigt alles mit Frieden, mit Harmonie, mit Liebe, dann werdet ihr glücklich sein. Innere Stimme Anstatt sich aufwärts zu entwickeln und sich als Kind Gottes zu betrachten, sinkt der Mensch in seinem unwissenden Hochmut auf die Stufe eines tiefer stehenden Wesens und wenn sein Gewissen von der Gottheit und vom geistigen Leben zu ihm spricht, bemächtigt sich seiner die Furcht vor der Gerechtigkeit Gottes und er zieht es vor, die innere Stimme zum Schweigen zu bringen und keinen Gedanken an jene Warnungen zu verschwenden. Materialismus Der Materialismus ist Tod, ist Finsternis, ist Joch und Gift für die Geistseele. Vertauscht niemals das Licht oder die Freiheit eurer Geistseele für armselige, materielle Güter. Der Materialismus stellt sich der Entwicklung der Geistseele als ein ungeheures Hindernis in den Weg. Vor dieser Mauer ist die Menschheit stehen geblieben. Ein Materialist liebt nur das menschliche Leben. Da er erkennt, dass alles in ihm vergänglich ist, ist er darauf bedacht, es intensiv zu leben. Die Welt und die Materie haben die Geistseele vorübergehend besiegt, haben sie nach und nach wieder in Knechtschaft geführt und schließlich ihre Mission im menschlichen Leben zunichte gemacht. Der Einfluss der Gegenseite Ihr sollt erkennen, welche Macht und Kraft Luzifer und sein Anhang einsetzen, wenn es darum geht, die kraftvollen Offenbarungen der Geisterwelt Gottes zu verwischen und zu verdecken. Es ist so schwer, den Menschen klarzumachen, dass die Mächte der Finsternis hier auf Erden ja ihre unmittelbarste Gegenwart sind. Warum sind die ungünstigen Scharenweise auf dieser Erde und in der menschlichen Nähe? Warum? Weil sie Energie brauchen, um ihre schändlichen Werke an den Menschen, an ihren Energielieferanten zu vollbringen. Die Menschheit kontrolliert nicht, was ihnen die ungünstigen Wesen gedanklich und gefühlsmäßig in Wort und Tat vorsetzen. Sie konsumieren nur und kontrollieren nicht, wer der Aussender dieser gezielten Energien ist. Die Verschleierungstaktik der ungünstigen Wesen geht jedenfalls dahin, dass sie Energien von den Menschen absaugen und sie willfährigen Helfern gezielt zusenden, die in ihrem Sinn auf dieser Erde tätig sind.